Willst du das hier dieses dumme Schloss sein, ey? Oh, das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Natürlich nicht. Warum auch? Wäre viel zu einfach. Ach, den kann man auch schmeißen. Oh, der ist bestimmt gewesen. Hundertpro ist das hier unten irgendwo. Warum sollten die sonst auch so eine Scheiße da hinbauen? Aha. Okay, ich brauche irgendwas zum Großwerden. Gibt hier bestimmt nichts mehr, ne? Okay. Okay. ... 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 Ich kann mich hier irgendwo sterben lassen, mal vielleicht, das war vielleicht mal so ganz nett. Nee, können wir nicht machen. Oh man, dieses Drecks-Hurenspiel. Jetzt töte mich bitte. Hallo, hier bin ich. Ey, du Idiot. Oh. Ich vergesse es immer, dass man die damit auch beschmeißen kann. Mann, schmeiß das Ding doch einfach weg. Mann. Man! Nur weil er diesen dummen Scheiß-Schlüssel... Ey! Jaha! Jaha! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020